Komm zurück zu Minish Cap, wir sind immer noch im vierten Dungeon, dem Tropfen, was auch noch, dem Eisdungeon, so. Egal wie das Ding heißt, hier ist zu, komm. Machen wir mal hier weiter, meine Hilfschef losfahrt. Es ist hier, ach hier muss ich was draufstellen, okay. So, dann geht's hier weiter. Kann ich hier schwimmen, oder? Das werft ihr nicht auf mich. Nur meine Leiche, Jungs. So, was ist hier drin? Ja, komm. Großer Rubin, großer Kröner Rubin. Gehen wir mal hier weiter. Ich würde wahrscheinlich irgendwie den Feuerzauberstab oder so Mist kriegen. Okay, das bringt mir hier noch nichts, dann werde ich wieder hin müssen. Mann, ihr Sack, gehört doch mal auf, damit irgendwelche Krüge zu werfen, hä. Ah, hier geht's weiter. Oh, hier ist dunkel. Neng, wo bist du? Bist du noch da? Ich bin unter deinem Kopf, äh. Du bist auf meinem Kopf, also du bist, ich bin direkt unter dir. Bei dieser Fenster lässt sich mal in die Hand vor Augen, gar nicht mehr. Sei vorsichtig. Ja, bin ich doch. Ich bin doch immer vorsichtig. Hier geht's weiter. Ah, und jetzt ist wieder heller. So, wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt lang? Bist du begannst nach dem Zwischenboss aus? Ha, hier brauche ich das Ding. Wirf, wirf, wirf. Beziehungsweise so. Also das ist, glaube ich, noch nicht der Zwischenboss, oder? Ja, bin ich sehr enttäuscht. Nee. So, wieder ein Shortcut zurück. Ah, okay, hier muss ich was anders machen. Hier hin. Das Ding schmilzt weg. Okay, und das muss ich... Oh, Tank ist nicht. Wenn wir die andere Seite auch öffnen, können wir das... Oh, dass das Element am Schlesweg schmelzen. Schlau gemerkt, Junge. Ah, Mist. Nervt. Jetzt wieder herzusammeln, wieder aufladen. Nicht mit mir. Das bringt mir noch nix. Okay, hier ist jetzt wieder eine Kiste. Klicksfragment. Okay, hier extrem vorsichtig sein. Ach, den kann ich... Ach, den kann ich damit Schaden zufügen. Hier muss ich extrem vorsichtig sein. Öh. Ups, das Vorsicht ist nicht so. Ist auch egal. Öh. Ihr seid doch behindert. Ihr habt doch einen Schatten, Leute. Die Entwickler haben doch hier einen Schatten. Äh. Warum muss es denn kommen, wenn ich so einen Scheiß hier entwickle? Bzw. Wie viele spielen hier, will ich so ein Mist einprogrammieren. Was haben die denn geraucht? Obwohl, so schwer war es gar nicht. Sieht schwer aus, als es ist. Aber gar nicht so schwer. Also, keinen Schlüssel habe ich nicht. Okay, hier muss ich runter. Okay. Ah, hä. Ah, okay. Um die Kiste zu kriegen, muss ich beide Schalter betätigen. So, damit ist mir jetzt das Eis hier und ich kriege einen Schlüssel. Und zwar komme ich dann hier weiter. Das ist hier. Das ist... Oh nein. Ah, nein. Oh, der ist auch noch elektrisch aufgeladen. Nicht mit mir, Freundchen. Du fliegst gleich um. Der ist schwer. Ah. Nimm das. Okay, ich muss ihn das Licht treiben und dann ausschauen. Okay, der ist richtig schwer. Fart. Komm her. Okay. 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 Okay, warum hat das nicht funktioniert? Okay, ich brauche ihn doch nicht im Licht. Aber er dreht schon wieder ab, also habe ich ihn bald. Und stirb! Verdammt. Immer noch nicht down. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen und ich habe eine Fee. So. Jetzt reizt, stirb endlich! Ja, er ist down. Und hier ist das Angeen-Item und zwar die Lampe. Ah, hier sind ein paar Herzen. Großer blauer Rubin. Boah, nicht schon wieder dies wie hier. Und hier ist es, was ich hier mit dir zu machen. Ja, ich bin ein paar Herzen. Ja, ich bin ein paar Herzen. Ja, ich bin ein paar Herzen. Okay. Ich bin ein paar Herzen. Okay. Ich bin ein paar Herzen. So, geht's hier weiter. Ah, hier wohne eine Bombe. Okay, ich leb nicht mehr lange. Aber ich habe ja noch eine Fede... Ich habe eine Fede... Ja. Was, die hier heilt aber auch nicht so viel. Alter, was ist das hier eigentlich? Verkloppt der Akku-Fiecher oder was? Ah, ich kriege eine Schüssel. Das ist hier ein rotes Glücksfragment. Ah, okay. Ich muss immer das hier anzünden, dann geht hier so eine Sperre weg. Ah, ein Herz. Sehr gut. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Wieder ein Herz. Gut. Just aufpassen, ich habe nur noch eine Fee... Okay, hier nochmal rein. Dann gehe ich mal hier. Ah, okay. Da war eine Rubine drin. Okay. Okay. Ah, das war jetzt blöd. Okay. Dann hier. Ah, Mist. Ah, Mist. Okay. Hier werde ich jetzt die Eisklötze... Ne, ne? Naja, doch. Auf das Ding schieben müssen, aber das weiß ich jetzt noch nicht wie. Huh? Ah, das wollte ich nicht. Okay. Keine Ahnung, ich muss den Part auf jeden Fall hier beenden, also bis zum nächsten Mal.